Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück bei THE DEVIL IN ME und wir sind Charly und sind im Keller und wollen ja wieder raus und das Feuerzeug ist immer noch weg, wie schon in der letzten Folge aufgefallen. Ich muss hier rauskommen. Jamie! Hallo! Jamie! Ich bin okay! Oh shit! Chicago Killer, erstes Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzungen. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt. Tatortfotos von Mordopfern. Einem Opfer wurden die Zehen entfernt, dem anderen ein Ohr. I'm assuming you've read my report on the first one? Similar MO, unidentified male with multiple stab wounds. Looking at the lower abdomen, the wounds are consistent with those of the first victim. The shape of the entry wound suggests it's a strong probability that this is the same murder weapon. Looks like we've got a Souvenir Hunter here. This time the left ear has been severed. Clean incision. Probably a scalpel or razor blade. Very tidy. Nice job, actually. Very little bleeding. The deceased had probably been dead for 30 to 40 minutes when this was done. This differs from the earlier MO. If you remember that John Doe was still alive when the teeth were removed, I would have created a lot of noise in the last time. This guy is learning. Logbook. World character. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinauf gebracht. Treffen wird im Hotelbesitzer Mr. Bell-Knepp. Und unser Vorort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. Die Arbeit im Erdgeschoss und im 1. Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben einen Bericht angereicht und über Mr. Bell-Knepp gemäß unserem Vertrag Ersatz angefordert. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall. Dann baue ich direkt mit mir Kontakte auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Bellknapp. Beginn der Arbeit nach den Stützen der Kellerdecke morgen. Bobby hat mich hängen lassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt feiern lässt. Barrenovierung begonnen. Die Klempenarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. Barrenovierung abgeschlossen. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Rekonstruiert. Alle beweglichen Wände abgeschlossen. Ah ja, die... Was? Dieses Bauunternehmen hat die beweglichen Wände also gebaut. Das erklärt einiges. Hebel, drücken. Ach, wie schön. Endlich mal ein bisschen musikalische Untermalung wieder. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen da, also wir werden die Puppe retten. Worf von. Ah ja, da waren wir gerade noch. Interessant. Das ist ein bisschen wie so eine Ratte, die durch so ein Labyrinth gejagt wird. Was das gerade ist. Hebel drücken. Weiter laufen. Durch enge Gänge kriechen. Ganz schön beweglich, der Child. Ja, diese auch. An die Münze wären wir nicht rangekommen ohne unsere Visitenkarte. Ja, dass da Flammen auf dem Hebel sind, ignoriere ich einfach mal. Was soll schon passieren. Außer das. Was soll außer das schon passieren? Guck mal, hier ist jetzt aus. Die Puppe ist verbrannt. Ja, das schaffen wir dann leider doch nicht mehr, die zu retten. Zigaretten. Well, hallo, Gordon. Hallo, Gurdj. Praise the Lord. Das ging schlecht. Die Bar. Der Barkeeper ist weg. Ja, was macht er da wohl? Dann komm, kräftig. So schwer kann das nicht sein. Hm, das ist jetzt ungünstig, würde ich sagen. Hey. Hey, hallo. I'm here. Hi. Hi. Der Barkeeper, oder? Oh, oh. Oh, oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ach so, äh, ja. Also die Tür kriegt er... kriegt er im Leben nicht aufgebraucht. Wie denn? Er hat ja nicht... Er hat ja keinen Berichter oder so. Da drin wird's wahrscheinlich auch extrem heiß, aber... wenn er's so einen Anruf nicht kriegt. Ja, jetzt hat er's doch fast schon. Komm. Ist nur die Frage, ob er da nicht aufgegrillt wird drin. Oder gekocht. Ja, das muss ja schon ziemlich heißer drin sein. Ja, das muss ja schon sein. Ja, das muss ja schon sein. Ja, vielleicht hätten wir die Tür doch aufbrechen wollen. Ja, das muss ja schon sein. 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 Das ist ja schon sein. Ja, das muss 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 ja schon sein. mit sherlock holmes der team borrowed his sonne he has a brain of the first order he sits motionless like a spider in the center of its web but that web has a thousand radiation and he knows well every quiver of each of them i hope that hell ja danke jetzt weiß ich bescheid super große hilfe wie der kurator quick große hilfe you'd better get back to things blag alles klar chef ja ihr glotzt nur ne leute ganz toll Wie denn? Ich finde einen Ausweg. Abgeschlossen. Ist das eine gute Idee? Ich sehe keine anderen Optionen. Ach, der arme Charlie. Jetzt laufen wir sonst wohl an. Wir sind auf der Toilette, würde ich sagen. Und ein Schwimmbad. Das ist Laura, in der Beobachtung. Das ist Laura, in der Beobachtung. Der Beobachtung ist jetzt auf der Beobachtung. Wir behandeln jeden und jeden von unseren Beobachtungen wie ein wirkliches Werkzeug. Ach. Jesse Clark. Bauleiter. Bauleiter. Schau. Schau. Ach. An unser gesamtes Personal von Dr. Peter Pulley. Am 19. April 34. Betrefft Deckenansturz im Heizungskretter. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat war zu einem Deckenansturz im Heizungskretter geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasser zuvor kam. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. Was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu holen. Mit freundlichen Grüßen, H. Pulley, Dr. Harold Pulley. 350.000 Dollar, 150.000 Dollar, 80.000 Dollar, das können wir nicht bezahlen. Das sind einen Rnee und Kapitänziger. �뮑, Lehnung, 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 Lehnung. Bis zum anderen. Das ist etwas hoffentlich mehr. Das ist ein dicker Ding. Oh, hi, Mark. Schön langsam. This way? Maybe. Okay. Da geht es weiter. Da hat er wieder gekauft, ne? Dann gehen wir hier mal durch. Mark, gib mir eine Hand. Ich denke, wir können durch diese Sache durch. Three, two, one, go! Oh, ja. Oh, okay. What happened? We'll get back to you, stay there. Just hurry. Oh, that hurt. Das war nicht im Skript. Das war nicht im Skript. Grandfam Dimet. Was macht ihr denn da? Oh Gott. Frank Alderman, Bowen Gennar. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Okay, da geht es wohl weiter. Hallo, junger Mann. Dann wollen wir mal. Okay, hopp. Bleib dran. Obviamente. Was ist gerade passiert? Zum Glück sieht man hier auch so viel. Okay. No point just standing around. It's got to be a way through. Mark, give me a hand to move in this shit. Come schon, Mark. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Ah, da waren wir ja gerade unten. Bei dem jungen Mann. Oder der jungen Schaufensterpuppe. Gute Arbeit. 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 Oh, liegt hier noch was? Dann gehen wir hier weiter. Wir haben eine Schlange. Lass uns aus hier rauskommen. Das gehört? Hier. 181 ja charlie wahrscheinlich nur die 181 sie war die ganze zeit im schrank geil sie hat die ganze zeit erinnert gewartet und direkt als er wieder kam ist sie raus ja saubere leistung haben nö get me the fuck out of here kate kate erinn are you okay please think you're all right get me out of here hurry up it's another trap okay they're both locked shit what was that i i can't i can't breathe like the we're going to meet regulator switch will that give them air regulator switch not both of them whoever we point this lever at it's gonna die what it's gonna die i He wants to choose, doesn't he? Oh, my God. I can't. If we don't do something, both of them will die, Mark. Jamie, please. I don't want to die. I don't want to die. Please help me. We have to choose. Now. No. We had to do something. They were both going to die. Hey. Thank you. Thank you. No. No. No, 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 no. No, Kate. Window. Oh, da kommt auch Luft rein. Wunderbar. There's a link. Back up. Back up. Come on, I got you. Come on, I got you. Okay. Okay. I'm okay. Kate. You okay? You okay? Oh. Was ist passiert? Dumette spielt ein Spiel. Und es ist kein F***ing Joke. Du okay? Just leave me alone. Look. Wir müssen uns darüber nachdenken, bevor ein von uns endet wie Charlie. Wait. Charlie's dead? Dann hat er was mit ihm. Was? Was das heißt? Als ich verloren war, habe ich eine Rekorde genommen. Es war Charlie mit Dumette. Er sagte, er wollte uns tot. Er hat uns hier gebracht, um uns zu töten. Nein. Es gibt keinen Weg. Ich... Ich... Weißt du was ich hörte? Wir brauchen einen Plan. Vergiss seine Spiele. All diese F***. Denk auf die F***er, die wir haben. Es gibt immer eine Schwierigkeit. Sie sagen, wir holen ihn zu Tee und Psychoanalyze? Ich sage, wir benutzen unsere Hände. Wir können uns alle Tage machen. Aber wenn wir hier sterben, es geht nicht. Ich bin kein Detektiv. Ich will nur leben. Wir spielen Detektiv ist wie wir leben. Wir spielen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Er versucht uns aus, wir müssen uns zusammenhängen. Wir müssen zusammenhängen. Hang on. Er könnte uns hören, jetzt. Wo sollen wir gehen? Zurück zur F***er. Es ist Lutz, weißt du? Es ist auf der Linie. Vielleicht können wir ihn in. Vielleicht ist es nicht gut genug. Das Lichthaus. Vielleicht können wir uns für Hilfe signalen. Es gibt Polisböcke, die die Läge patroren, richtig? All the way out here? Die Lichthäuser sind für Kilometer gesehen. Er hat es wahrscheinlich mit Träppen gelegt. Dann müssen wir wirklich f***ing vorsichtig sein. Es ist unser bester Schuss. Die Crew hat beschlossen, sich am Leuchtturm zu treffen. Das? Niemand wird es ohne Perot glauben. Du willst mich auf den Weg zu filmen, versuchen wir uns zu töten? Und die Körper? Für die Schäufe? Hörst du das? Die Wände sind wieder zu gehen. Kate, schau mal. Wir müssen nahe bleiben. Schau! Kate! Hör auf! Ah! Ah! Mark! No! Jamie! Ah! Wait! No, no, no! Fuck. Fuck. No! Fuck! Oh, fuck! Ah! Ah! Yes! Da guckt ihr was Schönes. Finde einen Ausweg, alles klar. Den Ausweg finden wir dann in der nächsten Folge. Schaltet dann wieder ein bei The Devil in Me. Mein Name ist Tom und bis dann.